Ich will ihn in 5 Minuten zurückrufen. Mein Freund, ich will auch einladen. Ich will ihn in 5 Minuten zurückrufen. Uns, nicht um. Viertel 3 Vor Warte. Auf dem Kassenzettel. Ich bin da. Außer mein Freund, ich will auch Anna einladen. Wir treffen dem Platz. Ich bin gleich da. Auf meinem Freund, ich will, ich, ich auch einladen. Wir treffen uns jetzt um. Um, nicht um. Viertel 3 4 3 3 4 5 5 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 18 18 18 19 20 20 20 Hier ist ein Sandwich. Entschuldigung, die Rechnung, bitte. Die Speisekarte ist hier. Die Speisekarte ist hier. Sie ist Kellnerin und er ist Kellner. Tisch Berlin ist in Deutschland. Karl, was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Deutsch ist super. Tisch. Tisch. Tisch Berlin ist in Deutschland. Tisch Berlin ist in Deutschland. Eine Apotheke und ein Markt. Entschuldigung, wo ist die Apotheke? Ich. Ich. Ja, die Apotheke ist alt. Die, ab, alt. Ohre. Oh. Hotel ist sehr elegant. Eht. Eht. Das. Hotel. Ist das Hotel sehr elegant? Und? Und? Ich. 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 Freut mich sehr. Ah. A. Freut mich. Mich. Äh. Er. Äh. Ja. Ja, freut mich, freut mich, kna, kna, ja, mich, ascha, ascha, sehr, esin, esin, mich, ü, ü, mit, mit, freut mich, freut mich, sehr, ja, mich, Atsch, wo wanderst du, Anna? E, I, E, wanderst du, Anna? Acht Kilo Tomaten Neun Kilo Käse, bitte, Kilo Käse, bitte, Nei, Nei Anna Äh, I, Anna Oh, du wanderst im Winter, Max Drei Kilo Tomaten, bitte Oje, Oje, Sprach, Sprach, Ahne, Ahne Es ist bewölkt im Herbst Es ist zu warm heute Oh, du sprichst perfekt Türkisch, Lukas Meine Muttersprache ist Französisch, Französisch Du sprichst Türkisch, Lukas Es ist neblig, ist neblig Es ist zu warm heute Es ist kalt im Herbst Es ist windig im Herbst Habt 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 Meine Freunde wandern im Sommer. Dünn Ja, ich frühstücke jetzt, danke. Wo surft die Studentin heute Morgen? Stud-Morgen Meine Lehrerin surft jeden Tag. Surf-Tag Ich frühstücke. Heute Morgen Ist Englisch schwer? Ist Englisch schwer? Heute Anna und Ali wandern gern. Gern Wo singst du heute? Ahne 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 Tisch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Freut mich sehr! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020